Rammstein, Till Lindemann und die Unschuldsvermutung. Was ist das eigentlich, diese Unschuldsvermutung? Wo kommt das Ding her? Warum ist das so wichtig? Oder ist das überhaupt noch wichtig? Und was ist die große Gefahr, der die Unschuldsvermutung momentan ausgesetzt ist? Wo ist das ganz große Problem hier? Und unabhängig davon, ob man jetzt Till Lindemann heißt oder sozusagen der Otto-Normalverbraucher ist, wie sehr gefährdet uns der, naja, wie soll ich das sagen, der Untergang der Unschuldsvermutung würde ich noch nicht sagen, aber die Gefährdung der Unschuldsvermutung, wie weit gefährdet uns das in der Gesamtheit, wie weit gefährdet das auch den Rechtsstaat? Ich muss mich am Anfang outen, eine Offenlegung machen, macht man ja auch immer so gern, ja, eine Offenlegung. Ich bin also Rammstein-Fan wirklich der ersten Stunde gewesen. Ich war auf den ersten Konzerten danach nicht mehr so, ja, aber in den frühen 90ern. Und noch lange Zeit danach habe ich diese Band wirklich sehr stark verfolgt, fand die Konzerte, die ich gesehen habe, sehr, sehr gut. Die Musik größtenteils gut. Es war immer, was ich so beobachtet habe, eine ganz gezielte Provokation. Also man wollte immer an die Grenzen gehen und ist damit gut gefahren, ist damit sehr bekannt geworden, hat damit sicher auch sehr gutes Geld verdient. Ist vielleicht auch darüber an der einen oder anderen Stelle etwas zynisch geworden und, ja, vielleicht auch etwas abgehoben. Das mag alles sein, kann ich nicht beurteilen, ja, aber das Maß der Häme, das jetzt der Band so entgegenschlägt oder vor allen Dingen Till Lindemann entgegensteht, das finde ich schon extrem und das findet man zurzeit immer wieder, auch an anderen Stellen. Und, ja, ich finde, also erschreckt mich manchmal etwas, ja. Umgekehrt, aber auf der anderen Seite natürlich auch Solidarisierung dann gegen die vermeintlichen Opfer auf eine Art und Weise, die ich auch unangenehm finde, ja. Also diese Diskussion, die da stattfindet, das ist alles andere als erfreulich. Dann wollen wir uns auch überhaupt nicht beteiligen hier. Ich habe dem auch absolut nichts hinzuzufügen. Das sagen ganz viele und fügen dann doch ganz viele hinzu. Ja, also bei mir war es das. Ich kann auch vielleicht noch sagen, dass Flake Lorenz, ich den sehr oft gesehen habe, und der, der war, der Keyboarder, ja, der war mein Nachbar, quasi jetzt nicht direkter Nachbar, aber zwei Häuser weiter, der, der, ich habe ja in der Windstraße in Berlin viele, viele Jahre, 20 Jahre gewohnt und habe den da häufiger gesehen und so bin an dem vorbeigelaufen. Schien mir immer ein sehr, sehr korrekter Typ zu sein, so wie der sich so unterhalten hat, wenn man so Leute so mitkriegt, kriegt man ja auch vieles mit. Ja, was jetzt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, man sieht so ein bisschen sein Bild und ich sage mal so, ja, das ist so ein Typ, so wie ich den so sehe, für den könnte ich ja wirklich meine Hand ins Feuer legen. Aber um den geht es ja auch bei der ganzen Geschichte nicht vordergründig. Da geht es ja darum, wie weit die Band vielleicht hier Dinge mitgemacht hat, die man nicht mitmachen sollte oder tolerieren sollte. So, jetzt aber die Unschuldsvermutung. Warum ist überhaupt diese Unschulds, oder was ist überhaupt die Unschuldsvermutung, warum ist sie wichtig, warum ist sie gefährdet, diese drei Sachen vielleicht zum Anfang. Der, ganz simpel vereinfacht gesagt, ist die Unschuldsvermutung, die, der, sie ist der Pfeiler unseres Rechtsstaats, ja, jeder ist so lange, gilt so lange als unschuldig, wie er nicht verurteilt wurde in einem Strafverfahren durch den gesetzlichen Richter. Es ist Sache der Strafverfolgungsbehörden, die Schuld desjenigen nachzuweisen, zu beweisen. Der Richter braucht eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass der Täter das gemacht hat, wenn er ihn verurteilen möchte. Es reicht nicht im Zivilverfahren die Überzeugung, das war so, sondern es muss eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit sein. Also jeder vernünftige Zweifel muss ausgeschlossen werden können. Ansonsten gilt im Zweifel für den Angeklagten, Dubio Poreo, der ist frei zu sprechen. Dann diskutiert man über Freisprüche 1. und 2. Klasse. Da wollen wir jetzt aber hier nicht, das wollen wir jetzt, fast machen wir jetzt nicht auf, ja. Jeder, der mal selber Gegenstand eines Strafverfahrens war, oder Anwalt im Strafverfahren, ich bin regelmäßig, war jetzt erst letzte Woche wieder bei einem Termin, ja, der weiß, wie wichtig dieser Grundsatz ist. Denn alles andere würde bedeuten, dass Menschen nicht durch einen unabhängigen gesetzlichen Richter, sondern quasi durch eine öffentliche Meinung oder durch irgendwelche anderen Prinzipien ihre Freiheit verlieren könnten. Und damit meine ich nicht nur die Freiheit, nicht im Knast zu sein, sondern draußen, sondern auch die Freiheit und die Selbstbestimmung und die Ehre, das, was uns ausmacht in der Öffentlichkeit und bei unseren Mitmenschen, ja. Da kann man nicht einfach sagen, weil sich jemand in die Öffentlichkeit begibt, muss er auch mehr aushalten. Auch der, der sich in die Öffentlichkeit begibt, hat ja ein Recht auf Privatsphäre. Und jedenfalls kann man hier an der Stelle immer nur sagen, die, die, diese, diese Unschuldsvermutung ist eine, wirklich ein Eckpfeiler oder sogar die Basis unseres Rechtsstaats. Wenn wir die aufgeben würden oder wenn die wegfallen würde, dann würde vieles zusammenbrechen. Warum ist die Unschuldsvermutung gefährdet? Das liegt daran, dass wir heute nicht nur in den Medien eine stark intensive Berichterstattung über Prozesse, über Sachen, die noch nicht mal Prozesse sind, gegen Lindemann war Stand 12.06., wie ich das gelesen habe. Und wir haben jetzt schon wochenlange Berichterstattung, noch nicht mal ein Strafverfahren am Ort des Deliktes, was das Ganze ins Rollen gebracht hat, in Gang gebracht worden. Dafür mag es verschiedenste Ursachen geben. Nichtsdestotrotz haben wir eine Verurteilung in weiten Teilen der Öffentlichkeit, obwohl überhaupt ein Ermittlungsverfahren eröffnet wurde. Und die gebetsmühlenartige Wiederholung in den klassischen Medien, es gilt die Unschuldsvermutung, die macht doch die Sache nicht besser. Das geht doch zum einen nur rein, zum anderen raus. Das sagt man, selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung, aber das und das ist bekannt. Also das ist jetzt die Unschuldsvermutung und ihre Gefährdung, die besonders stark jetzt durch die sozialen Medien geworden ist, weil dort nicht mal mehr das erwähnt wird. Also da auf der Seite haben wir eine große Gefährdung. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, das darf man dabei auch nicht vergessen. Auf der anderen Seite sind die sozialen Medien natürlich auch eine sehr starke Möglichkeit, Dinge öffentlich zu machen, Missstände öffentlich zu machen, auch das Gesellschaftsbild zu prägen. Die ganze MeToo-Debatte ist ja nicht in den klassischen Medien so richtig losgegangen, sondern die hat ja auch in den sozialen Medien vor allen Dingen stattgefunden und ist dort befeuert worden. Insofern hat die Bedrängung der Unschuldsvermutung erstmal auch eine positive Kehrseite. Ich sage euch ja immer, Whistleblower, die Dinge müssen nach oben, die Missstände, Volkswagen und so weiter auch im Arbeitsrecht. Ich sage euch immer, dass dieser fehlende Schutz der Whistleblower im Arbeitsrecht ein ganz großes gesellschaftliches Problem ist. Andersherum haben wir hier aber, geht es hier nicht um den Schutz von Firmen oder ähnlichen Dingen, Aktionären, sondern von quasi Menschen, die direkt den Schaden haben, wenn die Unschuldsvermutung hier gefährdet ist. Jetzt gab es auch noch einen anderen Satz, den ich immer ganz interessant fand. Naja, die Opfer, für die Opfer gilt auch eine Unschuldsvermutung. Also wenn jetzt ein Opfer, ein vermeintliches Opfer etwas behauptet, dann darf man auch nicht annehmen, die lügt, weil das wäre ja auch wieder eine Straftat. Ja, und das kann man ja von ihr auch nicht annehmen. Richtig, das ist so. Hier stehen unter Umständen auch zwei Unschuldsvermutungen gegeneinander. Aber ich möchte auch keinesfalls hier kritisieren, dass jemand so etwas öffentlich macht. Ja, und dass er dafür die sozialen Medien benutzt. Das ist auch gar nicht hier das Thema. Das Thema ist, inwieweit ist diese Unschuldsvermutung in Gefahr? Und das wird wohl keiner bestreiten können. Die ist in Gefahr. Denn wenn, das hat man vielleicht erstmals damals im Kachelmann-Prozess gesehen, wenn jemand auf so eine Art und Weise mal am Pranger stand, dann spielt es am Ende schlichtweg keine Rolle mehr für den Schaden, den er hatte, für die Vernichtung, die gesellschaftliche Vernichtung, die er erfahren hat. Dann spielt es am Ende überhaupt keine Rolle mehr, was wirklich war, was gewiesen werden konnte und ob derjenige am Ende verurteilt wird. Er wird nicht verurteilt. Und trotzdem hat er alles erlitten oder mehr erlitten als mancher, der im stillen Kämmerlein verurteilt wurde, so unter Ausschuss der Öffentlichkeit, obwohl er als Verkehrspolitiker eine Trunkenheitsfahrt begangen hat oder so als Beispiel. Oder obwohl er als Politiker Maskenbetrügereien begangen hat, schad seiner Partei nicht, schad ihm nur begrenzt. Und das ist sicherlich nicht in der Abwägung, nicht in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn dann bestimmte Dinge gerade Thema sind und deswegen besonders laut am Start sind und deswegen die aktuelle Debatte quasi auf dem Rücken Einzelner ausgetragen wird. Aber da wird man nur drüber jammern können, da wird man nichts dran ändern können. Das war übrigens schon immer so. Das hat also nichts Modernes. Es gab immer Fälle, die die Öffentlichkeit so weit erzürnt haben oder beschäftigt haben, weil sie gesellschaftliche Themen berührt haben, die gerade problematisch waren, dass die, die zufälligerweise vielleicht, oder vielleicht auch nicht zufälligerweise, aber jedenfalls warum auch immer, da die Protagonisten waren, sehr stark gelitten haben. Im Arbeitsrecht habe ich euch das immer an dem Fall Emily erklärt. Ja, Emily und Kaiser damals, Kaisers, die diesen Pfandbong da zu ihren Gunsten eingelöst hatte, wusste man ja auch alles gar nicht genau, was da am Ende passiert war. Emily hatte gewonnen und am Ende waren aber Emily relativ zeitnah verstorben und Kaisers auch. Kaisers ist nun nicht direkt persönlich gestorben, sondern in die Insolvenz gegangen, aber beide gab es nicht mehr, beide Protagonisten. Und wir als Allgemeinheit haben gelernt, dass das Bundesarbeitsgericht doch nicht der Meinung ist, wie viele Jahre früher im Bienenstichfall, dass also auch der kleinste Vertrauensmissbrauch gleich eine fristlose Kündigung rechtfertigen kann, dass man also auch über die Jahre einen Vertrauensberg aufbauen kann und so weiter. Ja, aber das hat vielleicht den Protagonisten nicht gut getan. Ja, in beiden Seiten nicht. Und das ist vielleicht hier auch in diesem Fall so, dass Rammstein vielleicht untergeht. Ja, und man nie richtig genau erfahren wird, was da wie war. Umgekehrt kann man natürlich sagen, wenn jemand, wenn es eine Person ist, die engagiert wird, um da irgendwie den Groupie, die Groupie-Zuführungen, wozu auch immer, ja, zu steuern. Und wenn es Sonderzonen für junge weibliche Groupies, für sehr junge weibliche Groupies gibt, dann ist das sicherlich kein verantwortlicher Umgang einer Band mit seinen Fans. So viel darf man sicher sagen. Und dann schlägt vielleicht am Ende etwas doch wieder auf die richtige Weise zu, was mal nicht korrekt war. Das ist dann vielleicht eher eine Frage von Karma als vom Rechtsstaat dann gerade an der Stelle. Weil die Unschuldsvermutung, die hilft hier jetzt niemandem weiter. Sie ist gefährdet. Und man muss halt sehen in den nächsten Jahren, wie sich das Ganze entwickelt, wenn wir die Verurteilung künftig bei YouTube, bei Twitter oder bei Facebook haben und nicht mehr im Gerichtssaal. Dann haben wir alle ein Problem. Das, so viel kann man als Jurist, glaube ich, sagen, ohne sich hier Widersprüchen auszusetzen. Aber sag mir gerne deine Meinung unten in den Kommentaren, was du davon hältst, wie du die Sache bewertest. Bitte nicht zu dem Thema, wer da wie schuld ist und ob Rammstein irgendwie, also diese ganzen Diskussionen, die brauchen wir nicht hier im juristischen Kanal führen, sondern wie siehst du die Unschuldsvermutung? Hältst du sie für wichtig? Oder sagst du, nee, für bestimmte Fälle brauchen wir gar keine Unschuldsvermutung mehr? Und das Hälfen Miya! Dann schauen wir uns nach etwa Wirklichkeit und hoffen Widersprüchen Also do番 Widersprüchen Also den Augen der Hand hicbrule, Und das ist wirklich ganz brengan protector. Untertitelung des ZDF, 2020